Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video zu dem Thema Konflikte deuten. Denken Sie noch einmal an das Beispiel am Anfang dieser Lektion zurück, an Frau Meier und an Frau Huber. Frau Meier vergisst, Bestellungen von wichtigen Lieferanten in das Bestellsystem einzugeben und wird von Frau Huber sachlich und ruhig auf diesen Fehler aufmerksam gemacht. Die zwei Kolleginnen befinden sich in der Phase der Verhärtung. Da sich die Situation nicht verbessert und Frau Meier weiterhin auf Bestellungen vergisst, bekommen beide eine Abmahnung vom Abteilungsleiter. Dies führt dazu, dass es nun zusätzlich zu den sachlichen Angriffen, auch zu persönlichen Angriffen kommt. Würde dieser Konflikt noch weiter eskalieren, so würden diesen Worten Taten folgen. Befindet sich ein Konflikt auf den ersten drei Ebenen, so ist es noch möglich, dass beide Konfliktparteien als Gewinner hervorgehen. Je weiter dieser Streit eskaliert, desto tiefer rutschen die beiden auf der Eskalationstreppe gemeinsam in den Abgrund. Es folgt die Stufe Sorge um Image und Koalition. Der Standpunkt der jeweiligen Konfliktpartei will gestärkt werden. Dafür suchen sie sich Unterstützer, die der gleichen Meinung sind. In Stufe 5 werden Streitigkeiten öffentlich ausgetragen. Es kommt zum kompletten Wegfall des gegenseitigen Vertrauens. Der nächste Schritt wäre, das Gegenüber zum Nachgeben zu zwingen. Damit die Forderung erfüllt wird, wird mit einem Schaden gedroht. Befindet sich ein Konflikt auf den Stufen 4 bis 6, so wird eine Konfliktpartei verlieren. Es folgt die Stufe Begrenzte Vernichtungsschläge. Hier wird auch eigener Schaden in Kauf genommen, solange der Schaden der Konfliktpartei größer ist als der eigene. Die Konfliktpartei wird auf Stufe 8 wirtschaftlich, materiell und psychisch zerstört. Ziel ist der Zusammenbruch des Systems. In der letzten Stufe passiert die endgültige Vernichtung der Gegenseite. Dabei wird sogar der eigene Untergang in Kauf genommen. Befindet sich ein Konflikt auf den letzten drei Ebenen, so verlieren beide Konfliktparteien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017